Willkommen zu einer neuen Angetestet, wer sich daran erinnert, im Gamescom-Video hatten wir es davon. Trinity Fusion, es ist raus. Und, ähm, es scheint eine automatische Übersetzung zu haben. Äh, anyway, wer das Video nicht gesehen hat, Roguelite, äh, Metroidvania. Ich drücke da mal auf Abspielen. Wenn es Deutsche noch stimme, schalte ich auf Englisch um. So, Schwierigkeitsgrad, Überlebender, Veteran, Hardcore. Ich mein, zum Angucken machen wir mal Überlebender. Ich habe den Multiversum in unserem Hubris, jeder Welt mit einem einzigen Ziel für den ganzen Welt. Der Unterwelt, voll von Leben, mit Ressourcen. Der Überwelt, ordentliche. Der Überwelt, mit dem alles in ihrem perfekten Ort. Der Hyperwelt, wo die Wissenschaft und Kunst spüren aus den Limiten der Inspiration. Und Prime, der Center, organisiert es alles. Der Prime, wo wir genießen, was wir roth. Für ein paar Jahre. Aber wir verloren, Kontrollen. Der Hyperwelt, die erste. Its citizens changed themselves beyond recognition, into superior being. The E-Wert. The machines rose up and overthrew us in the Overworld. When the Underworld fell into chaos, ravaged by beasts, grown to massive size by the same life energies that had made the world so fertile and so rich. What's happening now is worse. Without Prime to organize, the multiverse fell out of balance. It's collapsing. A chain reaction that will destroy us all. Okay, ja, das war ne nette kleine Intro-Story. Das heißt, die drei Charaktere, die wir spielen, sind alle Varianten des gleichen Charakters. Okay, das kam in der Demo nicht so raus. Auch interessant. Dann schauen wir, was das Tutorial bereithält. Wie gesagt, in der Basis kenne ich es ja schon von der Gamescom. Ich weiß nicht, ob es doch gerade noch lädt, ob es sich aufgehängt hat. Soll der Kreis nicht drehen da an der Seite? Ich hab nicht drauf geachtet. Also Knöpfe bewirken nichts. Ich, äh, ah. There we go. Okay. Sounds like the Ewer about to sweep this place. I better get moving. Find somewhere to lay low. Okay, Sprung, Doppelsprung. Soweit klar. Standard Metroidvania stuff. Okay, ja, wir haben ne Primärwaffe und ne Sekundärwaffe. Und die Sekundärwaffe, die hat Ladungen. Und die Ladungen kriegen wir zurück, indem wir mit der Primärwaffe angreifen. So war das, glaube ich. Ja. Genau. Äh, Sliden. Energiewaffen werden aufgeladen, wenn du mit der Primärwaffe angreifst. Ja, genau. Sag ich ja gerade. Ich hab vergessen, wie die Deutschen geht. Das war wahrscheinlich gleich. Ob das war kein Power-Up, das war ne Bombe. Oh, sie zielt automatisch. Ne. Ah, so geht's. Ich kann mit dem... Okay, zielen. Äh, okay. Jetzt killen wir ihn erstmal, bevor er ja noch mehr Granaten schmeißt. Okay, also mit gedrückt halten kann ich zielen. Ich kann aber nicht mehr abbrechen dann, glaube ich. Also ich kann... Ah, so kann ich. Okay. So, was war das gerade? Luft-Sprint. Okay. Gleiter oder Sprint durch die Luft, um gegnerischen Angriffen... Ach, genau. Au. Äh. Okay, ich bin noch ein bisschen in der Mention dann drin. Ich hab auch ein Heel-Item dabei. Was war das? Äh, mein Kopf fühlt sich weirrt. Äh. Lol. Achso, das ist so eine Station, die man einfach angreifen kann zum Aufladen. Aber warum nicht? Okay. Macht Sinn. Hier geht's nicht weiter? Ne. So, wie gesagt, wir haben ja ein Heel-Item, insofern sollte es nicht so tragisch sein. Kann ich nicht auf die durchdashen? Ah, kann ich, okay. Okay, gut. Haben wir Dodgen damit auch raus. So, das ist die Tüter offen, glaub ich. Nehme trotzdem den Schuss mit. Ist ja for free. Äh, RB. Achso, gedrückt halt. So, genau. Neue Waffe. Weil wir nämlich nach und nach aufleveln. Und dann brauchen wir Waffen, die dem Level entschließen. So, das macht zwar weniger Initialschaden, aber hat dafür eine sehr viel höhere Feuerrate und mehr Munition. Muss man halt ausprobieren, wenn man eine Weile mal gespielt hat, kennt man die Waffen dann ja auch. Ah, okay. Sie kann aber nicht einfach nur aimen. Sie hat, wenn ich drücke, direkt Dauerfeuer. Okay, weiß nicht, ob ich das mag. Aber wie gesagt, wir probieren einfach mal alle Waffen aus, die wir mal finden. So, und was ist das hier? Adrenalinschub. Werde ich nie benutzen, aber meinetwegen. Wir können mal den Heel benutzen eigentlich. Haltet uns sowieso nicht voll. So, wie kriegen wir denn zurück pro Schlag? Oh, schon ein bisschen was. Oh, hier ist zu. Hier ist auch zu. Kann ich hier runter? Ja, in der Mitte. So, nee. Ähm. Ähm. Ach so. Pff, lol. Hi. Könntest du bitte nicht ins Gesicht dashen, danke. Ah, das ist so ein Medi-Angreifer, okay. Okay, einfach nur an die Tür ran laufen. Okay. Ja, das haben wir bereits rausgefunden. Was ist hier unten? Nein, das war... Hm? Ach so, da kann ich nicht durch. Die können nur hier durch. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, ein Heel. Äh. Wie komm ich hier jetzt? Ach so. Ach, hoch kann ich hier, nur nicht runter. Okay. Dann kurz wieder den Range aufchargen. Kann ich hier durch? Nee, sah nur so aus. Aber die können jetzt nicht an der Wand festhalten, hab ich gerade gesehen. Auch schon ein bisschen eher, dass ich's gespielt hab, ne? Ich bin's ein bisschen ungewohnt, dass der... Dass die... Shit. Dodgen... Äh. Auf B ist und nicht auf Schultertaste. Weil so ist es eigentlich normalerweise bei solchen 2D-Tasses hier. Auf rechter Trigger ist meistens die Dodge-Taste. Aber nee, hier ist es B. Okay, ja gut. Kann man sich bestimmt auch dran gewöhnen. Oder ich stelle's in der Steuerung um. Aber erst mal vorher sicher gehen, dass die Schultertaste nicht für was anderes ist. So, es geht noch weiter runter, aber... Vorher mal gucken, was hier ist. So, was aber denn hier schön ist drin. Du bist ein Bannerschild. Sind dein Energiefeld, das die vorübergehende Unverwundbarkeit in einem Radius von 5 Metern bietet. Werde ich garantiert häufiger benutzen als den Adrenalinschub. Also ja, nehmen wir mal mit. So, okay. Nächste Ebene, was haben wir hier? Wieder ein Charger, weil wir sinnvoll aufgecharged. Äh. Lug jetzt mal bitte auf. Okay. Bossfight. Okay, nicht direkt Bossfight. Aber was eh... Also in dem Sinne von... Au. Ich will immer mit der Schultertaste ausweichen. Mann! Äh... Spiel? Schön, danke auch. So. Jetzt komm her. Ich sagte, komm her. Äh. Ja, okay. Wir haben ein paar Gegner, wie es aussieht. Ach, die sind hier connected. Okay, dann Moment, mach mal kurz so. Wenn ich gerade eh unverwundbar bin und wir heilen uns in dem... Moment, auch gerade mal. Ja. Der kann mich freezen! Das war gemein! Und das war ne... Cool Toos-Animation. Wir haben den Link zu Maya's Hyper-World-Self. Was ist interferiert, aber wir haben ihren Pattern. Wir werden sie erinnern können. Sendara, fokussiert die Maschine auf der Unterwelt. Wir versuchen es wieder. Warte, war das ein geskripteter Tod? Achso. Erklärt, warum es ne extra Todes-Animation gab. War trotzdem brutal. Warte, das heißt, die, die war... Warte, das heißt, die, die war... Hier war das. Das war jetzt... Die war jetzt Overworld. Das ist wahrscheinlich die mit der knarre Underworld und die mit dem Greifarm Hyperworld. Ne, halt, warte. Wir hatten gerade die mit der... Ja, wir sehen's ja dann. So, ach ja, jetzt sind wir wieder im Loading-Screen. Äh, ich cutte. Oh, ich höre Musik. Ist es dieses Mal schneller mit dem Laden? Welches ist auch jede Map beim ersten Mal laden. Ein bisschen langsam. Kann auch sein. Ah, dieses Mal ging's schneller. Ach nee, das ist Underworld. Wahrscheinlich so, wie's aussieht. So, das war die, die eher so Spellcaster-mäßig angehaucht ist. Die war richtig gut. Die hat so ne Drohne. Na gut, sehen wir ja gleich alles. So, was haben wir denn hier? Äh, 5 irgendwas. Und was immer du bist. Hä, ich kann... Ich kann nicht canceln, die Animation, oder? Doch, kann ich. Hä? Das müssen gerade eben nicht. Äh, whatever. Au. Ähm, so, machen wir mal. Ich glaube, wenn so ne Animation zum ersten Mal kommt, dann muss der das Ding erstmal laden. Wir haben ne Interferenz. Was war das? Ich habe etwas Gefühl. Hörst du mich? Da ist... ... zu den Lens. Halt nach Norden. Richtig. Ich habe nicht eine menschliche Sprache für Monate gehört. Heh, vielleicht gehe ich endlich krass. Okay. Oh, ein Teleporter. Komm her. Und was auch immer du... Lährend mich an diese Dinger aus Mega Man, äh, ZX. Diese, diese Decken-Krabbler. So. Genau, wir haben jetzt diesen einen Teleporter freigeschaltet, deswegen können wir noch nirgendwo hin. Aber hier unten ist irgendwas. Oh. Das war ein Hebel. Also, jo. Das macht, äh, mehr Sinn. Okay, ist hier... Irgendwas... Kann ich hier irgendwo hin, oder ist hier einfach nur... Nee, ist nix. Okay. Bitte nicht angreifen. Danke. So. Okay, was ist hier? Bannerschild. Achso, genau, das hatten wir gerade eben. Und du bist... Achso. Oh, ich musste eins von beiden auswählen. Ah, dann wirst du wahrscheinlich draus sehen, dass hier gewesen, dass ich genommen hätte. Also, alles gut. Die Waffe ist cool. Da ist irgendwas Grünes. Das war schon wieder ein Hebel, wo ich nicht rankomme. Ich kann auch nicht durch Wände angreifen. Auch interessant. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Was ist das? Okay, das sind eins von nochmal was anderem. Wir sammeln ziemlich viele verschiedene Sachen auf. Und das war jetzt der Weg zurück, oder? Ja, war es genau. Okay, dann haben wir das freigeschaltet. Da ist eine Leiter. Hi. Oh, wir haben keine Energie mehr. So, du gehst auch auf. Ich will immer mit... Ich will immer mit B Hebel bedienen und mit Schultertaste dashen. Ich glaube, die müssen einfach mal Schultertaste und B-Taste tauschen. Du kannst dich aber nicht an die Dinger dranhängen, wie die gerade eben... Nee, okay. Dann war es einfach noch nur für die Abkürzung. Okay, Fallschaden haben wir keinen. Das bist du. Okay, das sind Talente. Zielsuchender Rauch. Der schnelle Besiegen von Gegnern erzeugt zielsuchende Projektile. Okay. Wenn du einem Angriff ausweist, wird ein kleiner Sprengstoff... Satz dein Angreifer befestigt. Wenn du eine Spezialtruhe oder eine verfluchte Truhe eröffnest, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Nehmen wir mal das. Okay, dann... Oh, das sind zwei. Nicht treffen lassen. So, okay. Mal einer weniger. So, und wir haben ein Level ab. Das heißt jetzt, genau. Und jetzt dieser Pfeil da, heißt, dass die Waffen, die wir gerade ausgerüstet haben, unter unserem Charakterlevel sind. So. Dann haben wir zwei Teleporter freigeschaltet. Und das heißt, das Spiel empfiehlt uns jetzt quasi, die Waffe zu wechseln. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, weg mit dir. Ähm, das war nicht so geplant. Äh, das ist... Das ist ein bisschen ausreichend auf mir. Das muss ich echt ändern. Ich warte, dass das Tutorial fertig so oft auf der Schulter hat, dass ich noch irgendeine andere Funktion ist, wenn ich auch noch erst mal achten müsste. So, du bist eine Truhe. Spezialtruhe. Erhält einen wertvollen Verbrauchsgegenstand. Adrenalinschub. Äh, äh, okay. Sehr wertvoll. Müssen wir mal ausprobieren, wie viel der mir genau gibt. Ups, ich wollte nur einmal dashen. Ähm. Ne. So. Einer weg. Zwei weg. Und drei weg. Danke. So, äh, was auch... Was für zu denn jetzt? Du gehst weg. So, wir haben das wieder aufgesammelt. Das ist nächster Teleporter freigeschaltet. Geht's hier hoch? Ne. Im Air Dash vielleicht? Ne? Warte, das könnte reichen. Hoch, Dash, hoch. Ne, reicht gerade so nicht. Ich glaube, das ist Absicht. Okay, dann halt jetzt die Richtung. Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist nochmal eine Truhe. Okay. Projektil-Seifern. Verwandelt Projektile in Gesundheit. Das klingt doch schon noch eher nach was. So. Kann man aber... Hebe ich aber trotzdem für den Boss auf. Bei Projektilen, bei denen man dann wirklich dodgen... So. Oder wie gesagt, wenn ich schon mal Projektile gefressen hab... ...und Schaden genommen hab. Gerade aktuell sind wir ja noch Full Life. Kein Grund, das jetzt zu benutzen. Okay, wir sind Level 3. Jetzt muss wirklich sein, dass wir eine bessere Waffe finden. Kannst du nicht durch den Boden durch? Nein, kannst du nicht. Okay, gut zu wissen. War for Science. Jetzt wissen wir's. Au. Ich hab in die falsche Richtung angegriffen. Au. Okay, so viel zu tun, wir müssen erstmal Schaden kriegen, vor sich's lohnt. Laserstrahl. Jo. Power Level 3 Waffe. Ist ein Ticken stärker wie diese Kugel. Mal gucken, wie die sich so macht. Ja! Ja, die knallt ganz gut raus. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine Level 3 Milli-Waffe. Teleporter. Moment, waren wir hier schon? Achso, das ist hier wieder. Sind wir einmal im Kreis gelaufen, okay. Jetzt könnten wir runter, wir könnten aber auch erst hoch. Ach was. Hinten Gang, werdet ihr damit rechnen können. Life is the vital physical energy of all living things. Life promotes growth, instinct, adaptation, and the raw biological needs of reality. Life fills the ground with life-giving waters and other necessary resources that will cause life to thrive. Life energy in its purest form is represented with a green color. Life is the vitality of all living things. Okay. Danke für die Info. Okay. Charge kann ich nicht. Und ihr braucht immer die Hälfte von meiner Leiste. Aber dafür knallt er ganz gut raus. Das ist auch was wert. Okay. Hier ist noch eine Truhe. Okay. Wir haben eins, das auch mal davon ist. Und ich weiß immer noch nicht, was irgendwas davon ist. Ich nehme halt dich jetzt mit. Jetzt haben wir zwei davon. Okay. Wahrscheinlich beide Sachen, um irgendwas abzugraden. Finden wir sicherlich noch raus. So, hier waren wir gerade. Jetzt gehen wir mal runter dann. Falsche Richtung. Riss mich um, nein, riss mich nicht um. Okay, nein, geh ich nicht um. So. Ist hier unten irgendwas? Ja, hier ist auch was. Okay. Klassisch Metroidvania. Ja. Viel zu viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und sich zu verlaufen. Also warte, hier kannst du dich festhalten. Wie hast du das gerade gemacht? Äh, falsche Richtung. So. Okay, jetzt nochmal. Ich habe mich gerade eben irgendwie festgehalten. So, kann ich jetzt hier reingehen? Ne. Was muss ich drücken, dass ich dich festhält? Gedrückt halten? Ne. Jetzt hat sie sich festgehalten. Okay, sie kann sich an der Kante festhalten, aber sie geht nicht hoch. Ich meine, ich kann auch so rüber, deswegen ist es kein Problem, aber es muss ja irgendwie gehen. Au. Aber wir haben noch ein Level abbekommen. Brandbomben. Okay. Nehmen wir die Brandbomben mit. Wir haben immer noch keine, immer noch die Level-1-Milli-Waffe, aber hey. Mal gucken, wie sich die Brandbomben machen. Äh, hier haben wir noch nicht ganz aufgedeckt. So, jetzt haben wir hier aufgedeckt. Was sagt denn die Karte überhaupt? Die Karte ist ein bisschen weit reingesucht. Muss ich noch irgendwie rauszoomen? Ja. So. Also wir könnten da oben noch weiter oder halt hier unten? Dann gehen wir mal hier unten weiter. Wir müssen zu diesem Sender oder so. So, dann testen wir doch jetzt mal... ...die neue Waffe. Ah, die kann jetzt wieder zielen. Ja, und ich kann es auch wieder nicht abbrechen. Ne. Okay, also wenn ich einmal Y drücke, muss ich durchziehen. Aber wenigstens macht mir mein eigener Napalm keinen Schaden. So. Entschleunigungsfeld. Die Geschwindigkeit gegenische Projektile um einem Radius von 5 Metern wird um 70% verringert. Glaskanone. Schaden, den du leitest und der Schaden, den du anrichtest, werden verdoppelt. Ah, und ich habe ein Maximum, was ich pro Farbe machen kann. Ich kann maximal drei rote Skills, drei gelbe Skills, drei blaue Skills und drei grüne Skills machen. Ich mache mal das Entschleunigungsfeld, schätze ich. Ob das so gut ist wie... Ob das möglicherweise sich als hinderlich entpuppt, wird man dann zeigen. Hier geht es nicht runter. Wieso geht es hier nicht runter? Hier geht es nur hoch, nicht runter. Das, äh... Ist doof. Ah, there we go. So. Eel, das haben wir schon. Dann nehmen wir dich. Das haben wir drei davon. Was auch immer das ist. Okay, wir können besser teleportieren eigentlich. Weil jetzt haben wir hier ja alles abgefrühstückt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier hin. So, hier ist nochmal so ein Ding. Vergeltung. Verletzungen zu erleiden, verursacht eine kleine Explosion in der Nähe. Goldene Rüstung. Wenn du getroffen bist, verlierst du Münzen statt Gesundheit. Nein. Elektrisches Grab. Besiegte Gegner können Stachelfallen am Boden erzeugen. Das ist nochmal eine neue Farbe. Okay, es gibt mehr als nur vier Farben, wie es aussieht. Oder hatten wir die gerade eben? Ich habe sie bloß nicht genommen und ich bin einfach nur dämlich. Ich schätze mal, das hier bei Gegnergruppen? Nehmen wir mal das. Wird sich dann alles zeigen, wie genau welche Skills sich am besten machen und so weiter. Das ist ja auch immer ein Teil des Spaßes. Dass man das rausfindet. Genau, es hat der Sachen fallen gelassen. Oh, du schießt auf mich. Achso, jetzt setzen wir mal dieses Entschleunigungsfeld. Ja, das ist schon cool. So, okay. Ihr wartet mich ja vor, kurz bevor er schießt. Ich bin bei dem... Wieso bin ich jetzt zweimal gedasht? So, weg mit euch. Alter, das ist HE. Oh. Wer ist das? Wer ist da? Ich kann dich gar nicht hören. Ich habe irgendwas rotierende Schwerter aufgesammelt. Aber das war keine Waffe. Was war das? Oh, das war hier. Das war ein bisschen Verbrauchsmaterial. Ich wollte jetzt mal eine neue Milli-Waffe. Doch auch irgendeine... Also ich weiß, dass es doch solche Spezialfähigkeiten gab. Einer hat einen Grappling-Hook, sie konnte eine Drohne benutzen. Nichts davon haben wir ja bisher gesehen. Aber wie gesagt, das schallt wahrscheinlich noch frei. Ja gut, das Entschuldigung des Feldes ist direkt vor dem hier natürlich auch ein bisschen witzlos. Okay, das war gewastet. So, weg mit dir. Okay, was ist hier? Ach so, hier komme ich wieder nicht durch. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Diese Schächte, das ist für die Drohne, die ich noch nicht habe. Ich bin nicht wirklich durchgedasht. So, durch. Jetzt hier. Aus Riesenmöglichkeit zu erholen. Kommen wahrscheinlich gleich noch alles. Sind ja noch im Tutorial. Oder nee, halt sind wir gar nicht. Vorhin hieß es, da schließt das Tutorial ab bei dem Erfolg. Ach, whatever. So, wir haben Blitzwelle. Das ist ein Verbrauchsmaterial. Will ich nicht, ich nehme dich. So, da unten war man ja gerade und da geht es nicht mehr weiter. Nee, okay. Dann jetzt hier. Was haben wir hier? Gesundheitswiederherstellung. Eisschuss. Plasmaschwert. Äh, dafür haben wir nicht genug. Aber der Eisschuss ist genau gleich gut wie das HE, also. Dann sparen wir das lieber, schätze ich. Alter, das ist halt ein Riesen-Upgrade. Mehr als das Doppelte an Damage. Oh, ich habe Kombos, sehe ich gerade. Richtig, da war was. Ähm. Wie war das gerade? Ähm. In der Luft, runter und X. Okay. Ah. Ah! Ah! Wait. What? What? Who are you? Hm. Malik, die Ingenieerset resumiert. Ich hätte erwartet, dass Sie Sie machen, um ein Dune zu machen, um Ihre messen zu verhauen. Aber Sie haben niemals geholfen, mit Ihren kreisenden Designen für den Multiverse. Wir sind superior beings, und wir müssen uns selbst schützen. Ja, schön, ihr warnt mich zwar, aber die seltsame Stimme aus dem Offercox-Rekt, ich brauche die Linse, also. Ihr seht das Dilemma hier, ne? Oh, nein, das ist kein Dilemma, sie gehen einfach. Okay. Überlebender verlasse die Randbezirke. Okay. Mal gucken, wie lang es dieses Mal laden muss. Also, ich meine, klar sind Loading-Screens kein Beinbrecher hier. Oh, das war doch so ein bisschen schneller, okay. Ich meine, nichts toppt die Loading-Screens von Dragon Age Inquisition, wer sich daran noch erinnert. Das war... Die waren ja echt eine ganz andere Hausnummer. Sonst ist hier oben aber nichts. Okay, was haben wir hier? Zwei von der Währung. Das ist komisch, wenn ich's versuche. Kann ich's canceln. Aber wenn ich dann wirklich den Gegner angreife, geht's nicht, oder was? Oh, das ist... Der macht ein Immunitätsfeld, das ist ja gemein. Au. Ach, komm, nimm das. Der hat gar nicht so viel Schaden gekriegt, wie ich gehofft hatte. Ach, Mann! So. Das war ein bisschen nervig. Wir machen auch echt keinen Schaden, weil wir halt immer noch diese blöde Level-1-Waffe haben. Locked on. Ah, endlich. Hör, mein Name ist Maya. Ich bin dein Counter-Self. Die Version von dir, die in Prime lebt. Ich arbeite für die Ingenieuren. Es ist eine Erdbeerung, und ich brauche deine Hilfe. Du bist mit den Ingenieuren? Sie sind eigentlich wirklich? Oh, schau. Wenn du mich aus hier rauskriegen kannst, ich werde mit allem helfen. Was ist die Erdbeerung? Ich werde es erklären, wie wir gehen. Nein, das ist über das ganze Multiverse. Erstens, wir müssen ein Gerät, ein Lens. Es sollte hier nach links sein. Geh'n gehen. Okay, vorher will ich aber einen neuen Skill haben, bitte. So, Abklingbeben. Jedes Mal, wenn die Abklingzeit an der Fähigkeit endet, wird eine schädliche Schockwelle erzeugt. Auszuweichen einem Angriff fügt dem angreifenden Gegner Verlangsamung zu. Das ist cool. Noch eine neue Farbe, Violett. Was heißt Abklingzeit? Ja, doch gab's ja noch gar nichts mit Cooldown. Äh, ein Teil von mir will echt die Glaskanone nehmen. Kann auch gut sein, dass wir sterben müssen, um den dritten Charakter zu sehen. Ich nehme die Glaskanone. Ist möglicherweise ein Ticken selbstmörderisch. Bedeckt man meine... Gerade mache ich's Maul zu. Oh. Achso, das war seine... Okay, okay. Warte, er war... War kurz verwirrt, aber... Alles gut. Au. Also ja, ich hatte recht, ich bereue die Glaskanone schon. Anders, wenn das doppelter Schaden ist, wie wenig Schaden möchte ich denn bitte sonst machen. Ich meine, gut zugegeben, wir sind jetzt... Meine Range-Waffe ist schon wieder unterlevelt. Und ich meine, Melee ist immer noch Level 1. Okay, jetzt haben wir das hier auch nochmal aufgedeckt, einfach nur, dass die Karte offen ist. Ich brauch jetzt echt eine neue Melee-Waffe. Holy shit. Nicht sterben, bitte. Okay, haben wir hier irgendwas? Oh, das ist eine Doppelfähigkeit. Verdorbener Schlag. Basisschaden erhöht sich für alle 100 Münzen, die du erhältst, maximal 10%. Heilgranate. Es besteht eine Chance, um 5% beim Tunis-Kritas eine Heilkugel zu erzeugen, die detoniert und dich heilt. Vitaler Aufschwung. Immer wenn sie auf irgendeinem... Wieso siehst du mich jetzt auf einmal? Bisher hast du mich immer geduzt. Whatever. Erhältst du Bonusschaden für Angriffe. Der Bonus geht verloren, sobald du Schaden erleidest, bist du dreimal stapelbar. Cool, aber ich will die Heilgranate haben. So kann man Sachen stacken. Auch die Skills stacken. 5... Wow! Wow! Holy fuck war das scheiße! Okay, also... On average heißt das, jeder 20. Gegner heilt mich. Geht's hier durch? Aber jetzt sieht's HP-Tag-Bisschen-Mau aus. The Underworld, life-dominant, was full of fast replenished resources and bursting with growth. Populated by hardy farmers, hunters and miners, who loved the vitality of the wilderness. Okay. Das sind immer solche Lore-Stations, wie's aussieht. Keine Heal-Stations, leider. Nee, dann geht's hier nicht mehr weiter. Okay, dann gehen wir einen Stockwerk nach oben, weil da war man noch nicht. Und haben dann hoffentlich irgendwas, um uns heilen zu können. Weil ansonsten, die sah jetzt gerade echt mau aus. Okay, weil der höhere Schaden macht sich dann doch bemerkt. Holy shit. Nur irgendwie die Rage-Waffe, die stinkt gerade so ein bisschen ab. Wow. Benutzt den Heal und waste ihn direkt. Und ich hab die... Das andere geile Ding auch schon direkt gewastet. Sehr gut. So, haben wir jetzt mal so eine Heal-Granate gedroppt? Nö. Okay. Aber hey, Geld. Aber ich seh gerade diese rotierenden Schwerter. Die verbrauchen sich nicht. Ich hab die noch. Ach so, und jetzt sind die auf Cooldown. Und sobald das endet, würde dann diese andere Fähigkeit triggern, falls ich sie denn hätte. So. Äh, was ist hier? Oh Gott, wieder so ein Ding. Okay, jetzt sind wir Level 6. Haben immer noch eine Level 1 Waffe. Hab ich einfach nur gerade absolut keinen Drop-Luck, oder? Was ist das hier? Sinkende Erträge. Maximalen RP werden um 5% erhöht, aber die Wirksamkeit der Heilgegenstände nimmt um 50% ab. Das brauchen wir gerade nicht. Dein Basisschaden wird erhöht werden in der Luft. Das ist eigentlich ganz nett. Zielsuchender Rauch. Das schnelle Besiegnung der Gegenden erzeugt zielsuchende Projektile. Dann wäre der Skilltree mal voll. Ich weiß nicht, ob das was ist, was will. Weil wenn er voll ist, können wir halt keine Kombi-Skills mehr. Nämlich nehm mal das hier. Ist nicht übertrieben geil, aber ist auch nicht kacke. Also, kommt drauf an. Wenn wir jetzt noch mehr Gegenden in der Luft ziehen, ist das natürlich richtig geil. Das werden wir treffen, versteht sich. Oh, so der Elektro-Ding. Nehme ich. Äh, das wirkte nicht richtig. Achso, das sind diese Dinger von dem Skill, die... Das schnelle Besiegnung... Achso, wahrscheinlich, wenn ich die in einer Combo kaputt mache. Von 100 auf 0% HP oder so. Ach, keine Ahnung. Ich hab's jetzt auf jeden Fall mal... Puh, das war knapp. Okay, so wenn man im letzten Moment macht, hat man so ein paar Invinz-Frames. Das ist auch gut zu wissen. Komm, really? Spiel? Danke. Ah, neue Waffe! Eiskatana, Level 6. Schickt auch schnell dazu. Hat dafür aber keine lange Kombi. Na gut, sei's drum. Ja, nach oben und unten ist... Hat ewig viel Range? Au. Hindert mich aber trotzdem nicht am Kacke sein. Aber das ist trotzdem ein Riesen-Upgrade. Like, holy shit. Okay, jetzt dürfen wir nur nicht mit dem Ding verrecken. Diese Heilgranaten, die hab ich bisher noch irgendwie noch nicht viel gesehen. Außer die kamen bloß und ich hab's nicht mitbekommen. Okay, hier ist ein Teleporter. Hier ist so ein Ding. Nee, nach wie vor kein Heal. Alter, Two-Shot. Ich Two-Shotte die Dinger einfach. Alter, das war ja mal das Upgrade vor dem Herrn. Power-Level 7. Heilgranate. Das war nicht viel. Ganz war nicht nix, aber... Dafür, dass das nur eine 5% Chance hat zu droppen. Was ist das hier? Verfluchte Beute. YOLO. Die Dash-Abklingzeit wird um eine Sekunde verlängert, besiege 10 Gegner ohne Schaden zu erleiden. Dafür kriegen wir die Blitz-Handgelenkskrallen. Gegner, die erleiden einen tödlichen Stromschlag. Also. Wir haben eine Infine... Das hätte so schief gehen können. Das hat deutlich mehr. Aber ich meine, ich mag das hier mehr. Reichweite ist einfach zu wertvoll. Und es ist minimal mehr Schaden. Das lohnt sich nicht. Oh, aber das nehme ich. Eisschuss. So, 10 Gegner ohne getroffen zu werden. Das ist ja nicht so schwierig. Ein Dash-Cult um eine Sekunde hoch, das ist schon mies. Okay, was kann der Eisschuss? Okay, nichts, weil ich ihn ins Schild gesammelt habe. Sehr gut. Okay, ich kann ihn zielen, aber ich kann ihn nicht unendlich chargen. Wie lange kann ich ihn chargen? Ach so, praktisch überhaupt nicht. Ich habe diese Animation, in der sie auflädt, in der ich zielen kann. Das war's. Ich meine, besser wie nix. Okay, wir haben wieder ein paar Doppelskills. Crit-Vampir. Du wirst um 1% des erteilten kritischen Schadens geheilt. Okay, was ist jetzt kritischer Schaden? Ist die Frage, die wurde noch nicht erklärt. Die Verwendung eines Verbrauchsgegenstandes erhöht deinen Schaden um... Nee. Das ist am ehesten noch das hier, weil das ist ja eigentlich gut. Ich hatte noch nicht herausgefunden, wie ich krite. Oh, neues Powerboss gerüstet. Heilungsbonus 100% plus 40% Basisschaden. Ach so, Heilgegenstände sind effektiver und gewähren zusätzlichen Basisschaden. Aber die Hälfte der Heilung erfolgt langsam mit der Zeit. Wenn du verletzt wirst, endet sie früher. Ach so, also quasi, wenn ich mich heile, kriege ich nochmal... ...nen Tempo... ...das dazwischen. Okay, das merken wir uns, aber wir erkunden kurz den Rest der Map. Hier ist wieder gelb. Verteidigungsnetz. Bannerschild. Das ist wieder so ein Verbrauchding. Einfach Flat mehr Max-HP. Eiskurzschwert. Das ist das Katana in Langsamer, aber dafür... Okay, ich will auf jeden Fall mal dich haben. Hm. Ich mein, das gegen gepanzerte Ziele Bonusschaden zu haben, ist nett. Und außer der Reichweite ist der Schaden... Ja, nehmen wir das. Die Geschwindigkeit merkt man nicht wirklich. Können 12 gewesen sein. Hm, testen wir mal, testen wir mal. So, was ist hier? Bossrush? Oh, okay, ja. Das, äh... Ist vielleicht nicht der beste Moment, um Cooldown auf dem... ...Dash zu haben. Okay. Ist kein Bossding. Und das war eine Heelgranate. Cool. Flammensäule. Hm. Hat auf dem Papier ein höheres Power-Level. Aber ich glaub, ein Schuss einfach nur schaden, macht es mir gerade aktuell lieber. Halt. Aktivieren, bitte. So. Nehmen wir dich noch mit, was sagt denn die Karte eigentlich? Äh, so. Nein. Äh, so. Okay, dieses Dazwischen. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich muss halt nur... Ich weiß halt nicht, was das ist. Vielleicht ist das irgendein Zwischenareal. No pun intended. Also irgendwas, wo man nur kurz ist, irgendwas kriegt und dann wieder weg geht. Aber könnte auch sein, dass das irgendwas ist, wo wir dann wo ganz anders hinkommen. Gott, das ist wieder so ein Priester. So, weg. Bisschen gecheased, aber hey, was willst du... Uh. Medizinische... Das ist neues Grün. Alle Gesundheitsgegenstände, die du findest oder verwendest, heilen mehr von deiner HP als gewöhnlich. Das ist schon mal gut. Explosives Ausweichen. Isolierte Gegner ohne andere in der Nähe erleiden mehr Schaden. Das könnte gut gegen Bosse sein, das nehm ich mal. So, neues Power-Up. Amoklauf. Zusätzlicher Schaden von 15% wird, nachdem du zwei Gegner schnell besiegt hast. Äh. Meinetwegen. Wie weit geht denn das hier noch? Okay, vielleicht sollten wir doch mal zu diesem In-Between-Ding. Objektkammer der Unterwelt. What? Ah, Scheiben-Owner, das war's Ende. Okay, wir hätten in dieses Zwischending gehen müssen. Äh. Ja, okay. Schade. Fällt mir wohl doch nicht raus, was das dazwischen ist, außer wir kriegen jetzt den nächsten Charakter direkt. So, müssen wir jetzt auch gleich geladen haben. Inzwischen geht's ja schneller mit den Loading-Screens, die sind immer noch sie. Wir kommen nur nicht mehr zurück. Äh, geil. Ja, okay. Okay. Ich habe mir gedacht, dass ich an alle anderen riechenden Tiere mit weniger, als was ich jetzt habe. Ich kann dich kämpfen. Oh, du wirst nicht kämpfen. Wir hörten, dass die Ingenieure die Päste für sich machen würden. Wir haben ein Sicherheitssystem für diesen Ort gezwungen, das ziemlich sinnvoll ist, um dich zu zerstören. Goodbye, Mensch. Oh, ich habe einen Boss erwartet. Oh, kommt auch. Ich mache mal das hier an. Okay, wie greifst du an? Ah, so. Au. Sie kriegen nicht viel Schaden, meine Herren. Okay. Das lässt sich handeln. Okay, es soll einfach in Bewegung sein, dann passt das. Oh, zweite Phase. Oh, das war... Kontinuierlicher Angriff. Und ich hing in der Ecke fest, das war nicht gut. Ich habe es 39 Sekunden ausgehalten. So, aber wie gesagt, wir sind ja, das ist ja ein Roguelites, Sterben gehört ja dazu. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben ja gerade das Achievement bekommen, der Tod ist erst der Anfang. Das ist die Frage, fangen wir einfach nur neu an, oder geht es jetzt wirklich weiter? Wir haben ja noch den dritten Charakter noch nicht gesehen. Den Brawler. Nee, so. Wow. Wo bin ich? Was ist das? Ich dachte... Du wirst sterben. Also wirst du hier hergestellt. Eigentlich zurück, wie du warst, als ich erst mit dir linkte. Also, wo ist hier? Das ist die Citadel. Das ist die Grund der Multiverse. Das ist die Grund der Multiverse. Das ist die Grund der Multiverse. Mal gucken. Ich sollte hier irgendwo sein, auch. Wenn du willst, unsere anderen Selten sind schon hier in den Recall Pods hinter dir. Oh. Also... Sie sind okay? Sie sehen, wie sie nicht hier sind. Sie sind wie... Holograms. Sie sind gut. Es kann nicht mehr als einer von uns im gleichen Ort sein. Also... Sie sind... Stasis. Kindlich wie ich. Okay, also das haben wir tatsächlich in die Geschichte eingebaut. Auch cool. Mal gucken, ob wir da... Ah ja, da ist sie. Kann man hier irgendwas sagen? Psychische Upgrades. Ah, und dafür ist dieses blaue. Das ist für die permanenten Upgrades... ...ich mir zwischendrin hole. Letztes Gefecht. Plus 10% Crit Chance. Das ist eigentlich immer gut. Das nehm ich mal. So. Äh... Zendara. Oh. I'm sorry. I just... You look so much like her... But... Different. Wow. I'm sorry. That was rude of me. I'm Sindara. Head of Bioenergetics for the Trinity Process. Welcome to the Citadel. I'm Altara. Who is that? She looks like she could be my sister. Is that a corpse? A what? That's Maya. She's the voice in your head that you've probably heard by now. She's not dead. Her body is in stasis, while she links with you. Have you heard from her? Is she alright? Uh... Yeah. She seems... Kind of shocked about seeing herself in there. ... ... ... ... ... ... Wer ist das? Sie sieht aus wie ein anderer Ehrer. Du? Was schaust du an? Hast du noch nie einen Ehrer gesehen? Ich werde dir wissen, dass ich hier länger gearbeitet habe, als du hier hast, junge Frau. Also warum hast du keinen Respekt, und schaust mich an, wie du einen Menschen schaust? Das ist Partikel-Chartner Nalim Yad. Sie hat zu unserer Seite ein paar Jahre vorgelegt. Sie ist immer so. Du musst als Altara sein. Willkommen zur Citadel. Ich bin Direktor Raylan. Und du musst eine grosse Frage haben. Bitte, schau dich an. Entschuldige dich von unserer Hospitalität. Niemand ist mehr zu tun, was du für uns zu tun hast. Jeder Engineer ist in deiner Seite. Okay. Der ist deutlich netter, als er ausgesehen hat. Also, als ich... So... Was ist das jetzt? Die Rand... Achso, da gehe ich da hin. Okay. Kampf-Upgrades. Ah ja, hier steht's ja auch. Upgrade-Stationen für Waffen werden vor Boss-Begegnungen angezeigt. Boss-Shops werden... Das kostet auch diese blaue Währung. Okay. Ich habe aber noch diesen Special freigeschaltet. Weil, wie gesagt, wir müssten ja eigentlich noch diese Drohne kriegen, die wir in der Demo gesehen haben. Es dauerte einen Moment, aber meine kleine Körner der Citadel ist endlich auf und läuft. Ich habe zusammen eine Liste von Upgrades, die bereit sind für Produktion. Schau dich und lass mich wissen, welche du erst willst. Schön, dass du mir auch sagst, wie oft ich fehlgeschlagen bin. Schön, dass du mir auch sagst, wie oft ich fehlgeschlagen bin. Dass du mir einfach sagst, versuche und nicht wie viel... Oh, whatever. Ähm... Was sagst du denn? Ich habe nie gesehen so viele Bücher und Rekord entstanden in einem Ort. Entschuldigung? Oh, du musst du Altara sein. Ja, ich bin die Rekord der Citadel, Siri. Ich hoffe, dass es ein Rekord der Rekord hier wäre. Hast du eine Frage? Ich habe keine Zeit, um zu reden, über nichts zu reden. Nicht gerade jetzt. Nicht mit dieser Artikel. Du bist gerade buchstäblich nur rumgestanden. Was hast du denn so Wichtiges zu tun? So, du bist wieder hier. Okay. Damit haben wir das obere Stockwerk abgemacht. Abgeklabbert. Unten ist nichts. Und das war's dann schon. Oder? Ja, okay, das war's schon. Okay. Können wir wahrscheinlich den Charakter wechseln, oder? Ist oben? Kurzschwert. Masseklinge. Sichel. Bist du eine... Primärwaffe? Ne, du hast Munition, du bist eine Sekundärwaffe. So, und hier können wir wechseln. Kera, die wir gerade hatten. Und Naira, die hatten wir noch gar nicht. Sag, die ist irgendwas Neues? Ja, sie hat Sichel und Bogen. Okay. Okay. Ach, wir können nur einmal mit den Leuten reden, oder was? Okay, dann wo war dieses Portal? Ähm... Achso, bei ihr geht's zur Fabrik. Gucken wir's mal das an. Mal gucken, ob es die jetzt noch irgendeine eigene Cutscene hat. Wir hatten bisher ja nur eine Cutscene. Also von einem Charakter, dessen Namen ich nicht schon wieder vergessen habe. Waffe. So, dann, äh... Ja... Laden wieder. So. Okay, das hat eine schöne Reichweite, die Waffe. Den Bogen kann man so nochmal zielen, okay. Aber kann man auch nicht ewig spannen. Dann, äh, ja. Mal gucken... Mal gucken, ob wir hier irgendwo... eine Fähigkeit bekommen. Du bist eine Säure-Ameise, oder was sollst du darstellen? Ich hab genug Reichweite, um dich von hier unten zu killen, also... Da war ich, äh... Oh, ich bin vergiftet. Sehr gut. Okay, von den Dingern ein bisschen aufpassen. Merkmal. Dich kenn ich noch. So, weg mit dir. Schon wie so ein Granatentyp. Au. Oh, hier geht's ja direkt ganz gut ab. Okay, ich kann von dieser Barriere von außen... nicht reinschießen. Auch gut zu wissen. Geh mal aus dem Fahrstuhl raus, ja? Okay. Ich brauch den. So, da ist dieser Granateneini. Granateneini. Lass mal du weg, so. Noch ein Granateneini. Sehr schön. Ich brauch das mal ein bisschen aufräumen, dass wir hier mal ein bisschen Atem... Spielraum haben. Plasmakanone. Ich behalte den Bogen mal. Den mag ich eigentlich gerade ganz gerne. Ich glaube, das passiert einmal pro Map, dieser Hängerer. Wenn irgendwas Bestimmtes laden muss. Oh, nice. Das war so ein blaues Ding. Ja. Jetzt, dass wir einen Moment haben... Wir brauchen... Als sie herausfinden, was du gemacht hast... Die E-Wer hat ihren Verdammten gemacht, um mich zu töten, bevor sie den Lockdown gemacht hat. Ich weiß über die Lens und die Harmonizer. In Wahrheit, ich könnte das wahrscheinlich selbst machen. Also, warum bleibst du nicht aus dem Weg und lass mich fokussieren. Wie man dieses ganze Thema weiß. Das war gemein. Das war einfach nur dämlich. So. Kann ich hier durchschießen? Ja, kann ich. Ich muss nur richtig zielen. Alter. Okay, ich kann nicht direkt nach unten zielen. Ich kann nur so... Alter, wie kacke bin ich eigentlich. Oh, wow. Okay. Okay, äh... Du hast ein bisschen toughere Gegner als Underworld. Oh, ich habe ihn gekillt. Okay, während der Aushalt ist er verwundbar. Gut zu wissen. Also, diese Ameisen, die halten aber aus. So, die sollen nicht in die Säure rennen. Schrecklich ins Gift, was auch immer es sein soll. Oh, diesmal kam keins. Muss ich einen bestimmten Punkt treffen, wenn wir das trägern? So, ist immer wieder hier. So, ja, da haben wir die Waffe ja schon gesehen. Die wollte ich aber nicht. Da unten ist irgendwas. Okay, ich kann verschiedene Sachen mitnehmen anscheinend. Okay, dann haben wir herausgefunden, was LT macht. Aber wenn ich die jetzt hier wechsle, dann... Ne, das ist irgendwas anderes. Ja, das ist die wieder. Ne, ich nehm dich. Ne, ich nehm dich. Ne, ich nehm dich. Okay, dann ist das mal bitte ein Upgrade. So, wir könnten wieder die Krankenversicherung nehmen. In der Gegenstand ist das wegzuführen, da muss ich ihn... Ja, komm, nehmen wir das hier. Wir öffnen ja viele Truhen. Habe ich letztes Mal, glaube ich, unterschätzt, wie gut... Äh, ja, und da schon die erste Truhe. Die hat was gekostet. Aber ist ein Heel drin gewesen, also das Verwurf. Sogar Doppel-Heel, weil wir haben ja die Krankenversicherung gerade genommen. So, wo waren wir jetzt überhaupt noch nicht? Ach, da oben. Da geht's hoch, okay. So, okay, wir sind wieder an den Track. Und hier sind ein Haufen Gegner, okay. Komm schon, really? Alter, ich spring halt auch rein wie so ein Volldepp. Das sieht ganz gut aus, eigentlich. Jo, die mag ich mehr wie den Bogen. Äh, hochlaschen kann ich nicht, okay. Geh hinter ihm. So, weg mit dir. Okay, ja, okay. Das ist leider, wenn man mal leben kann. Hier ist so ein Ding. Oh, wow, du hast Hitbox. Ja, ähm, du kannst gerne diese Bubble machen, aber solange ich drin bin, bringt die genau gar... Uh, was haben wir denn hier? Doppel-Exte. Die haben zwar weniger Base-Damage, aber wahrscheinlich... Gut, und Reichweite halt auch nicht. Ja, genau, diese Doppel-Moves. Kann man hier canceln? Ja, durch den Doppel macht's halt deutlich mehr Damage. Okay, was ist hier drin? Wieder Glaskanone? Nein. Elektrische... Das war eigentlich ganz gut dieses Mal... Letztes Mal diese... Äh, okay, hier ist ein Sniper. Der hätte einfach random wartet. Alter, wie viel noch diesen Priestern hat's hier, bitte. Ich hände mich auch jeden einzelnen dieser blöden Schüsse rein, holy shit. So, weg mit dir. So, kurz mal das ab, danke. Ich kann auch snipen, Kumpel. Und ich hab besseren Winkel als du. So viel zum Thema High Ground, aber ich komm da trotzdem nicht hoch, dass das ein bisschen schade ist. Jemand hat da deutlich weniger Reichweite wie mit der Sense, aber das war ja gleich klar. Oh, da war ein Crit. So, jetzt aber hier hoch. Hab ich getroffen? Ne, ich hab nicht getroffen. Oh Gott, du bist ein Brawler. Ach nee, das ist so ein Schildtyp. Wieso hast du jetzt nach unten geschossen? Hab ich Steakdrift? Au. Ich wollte daschen eigentlich. Hab den Fall schon noch verdrückt. So, äh, wir sind ein bisschen low. Ach, diese scheiß Grenade-Launcher-Typen. Ne Truhe wär mal ganz, nicht mal einfach. Ach komm. Was soll der Geiz? So, die sind wir hier verrecken, unnötig. So, da ist wieder so ein Skill-Ding. Da will ich hin. Ich hab echt wenig Reichweite im Nächsten. So viel Damage die ja auch machen. Ist das wieder passiert? Also, diese Hängerer nerven ein bisschen, muss man sagen. Sie ist nicht Game-Breaking oder so. Aber sein müssen die nicht. Ich hab den nicht, oder das war ein Ding nicht gesehen, weil er direkt vor der Säule war. Wow. So, sinkende Erträge. Ach so, das ist das. Ich glaub ich nehm wieder das Entschleunigungsfeld. Das war eigentlich ganz gut letztes Mal. So, wo geht's hier hin? Oh, es geht weit hoch. Okay, Dash in Angriff rein. So kann man's auch machen. Oh, Walljumps. Neat. Da ist es neat. Ich hab schon wieder Grenade-Launcher. Die werden auch nie alt, wa? Okay, noch weniger Reichweite. Aber viel mehr Damage. Testen wir's. Hm, das ist gar nicht so viel mehr Damage, wenn ich halt nur einen Angriff mache. Na, das ist schon. Ziemlich heftig. Vor allem wegen dem... wegen dem äh... Ding jetzt hier. Damage over time noch. Dot. Danke. Mir ist grad das Akronym nicht eingefallen. So, weg mit dir. So, komm her. Da hat sich doch irgendwas bewegt grade. Da war irgend so ein Arm da oben. Was bist du? Okay, du bist mit einem Hit kaputt. Okay, haben wir jetzt alle. Ich glaub, ja. Ja, okay. Dann komm her. So, wir haben neue Waffen. Das Projekt Kiel-Siphon wieder. Das war ganz nett, aber nicht... Wurf... Plasma-Swert. Oh Gott. Keine zufälligen Crits. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kam ich da oben irgendwie hoch? Ja, da ging's noch weiter. Okay, dann gehen wir da nochmal kurz hoch. Ähm... So. Huch. Hat mich die offene Tür gejukt. So, wo geht's hier jetzt hin? Hier ist der Teleporter und... ...ne Plattform. Äh. Bäh. Okay, Burn-Damage macht das... ...ganz ordentlich. Aber wie viel Damage genau? Oh ja, doch, das ist... Okay, das ist doch ganz nett, dieser Burn-Damage. Weg. Weg, so. Brext von selber. So, weg mit dir. Was haben wir hier? Ah. Schon wieder so einer. Ah. Den Angriff hab ich mir wieder nicht kommen sehen. Wir haben immer noch nicht diesen Special... ...diese Special-Ability freigeschaltet. Weil wie gesagt, ich weiß, dass jeder von denen einen hatte. Es gab diese Drohnen, es gab diesen Grappling-Hook. Aber gut. Man hat es mal vom Prinzip her gesehen. Hat echt eine ganz neite Story und... ...das Gameplay ist solid, nur das mit dem B ausweichen mag ich nicht. Aktivieren Sie in Color irgendwas Hyper-Modus im Gameplay. Einstellungen, wenn Sie das Spiel zu schwierig finden... ...oder sich nur auf die Geschichte konzentrieren möchten. Ne, 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 ne. Das ist ja schon Rogue-Light, ne? Das... Das soll ja so. Das machen wir nicht. So, wir können uns Upgrades kaufen. So. Äh... Bodenschlag. Was machst du? Schaltet Altaras Bodenschlag frei. Aber was das ist, wissen wir nicht. Okay. Oh, schalte ich so auch die Drohne frei? Waffen zerlegen. Du kannst deine Waffen zerstören, um dein Power-Level zu erhöhen. Das klingt gut. Okay, haben wir einen Psi-Upgrade, das wir noch nehmen könnten? Äh... Nee. Und wir brauchen... Oh, das hat man so Slots wie bei Nier Automata. Auch cool. Und dafür braucht man die gelbe Währung, um das frei zu schalten. Alles klar. Okay, cool. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt mal das Prinzip gezeigt. Ich finde es sehr cool. Falls ihr es auch haben wollt, wie gesagt, es ist jetzt gerade rausgekommen. Ist noch im Release Sale. Also, jetzt zuschlagen, wenn ihr es haben wollt. Achso, der sagt mir, welche Waffen die jetzt haben würden, oder was? Ich dachte immer mit anderen Waffen, oder was? Tatsache, ich habe andere Waffen jetzt. Ah. Okay. Äh, ja. Dann war es das für diesen Test. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tschau. Kommt! Wir sehen uns beim nächsten Mal. hern! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau! Hopp! Bis zum nächsten Mal.